Und Shin. Sabrina Paulhammer, Young Rider ist sie noch. Und 19 Jahre jung. Salaro, Salaro ist Baden-Württemberger. Von Sir Oldenburg. Vorhin noch kurz auf dem Abreiteplatz gewesen und dann immer ins Auge geschaut. So ein bisschen so ein helleres Auge und auf der rechten Seite mit so ein bisschen Weiß. Es gibt ja einige, die da nicht der große Fan von sind. Aber ich finde das manchmal ganz interessant, wenn die dann doch so diesen etwas fast stechenden Blick haben. Mit ihr gehen wir das Ganze einmal durch. Gebogen von 1 auf 2. Hand wechselt dann auf 3. Weiterhin leicht gebogen. Die lange Seite. Dort steht dann die erste Kombination. Ochser. Steil mit einem. Und dann Wendung rechte Hand. Kommt direkt die nächste zweifache Kombination. Steil Ochser mit zwei Galoppsprüngen. So, jetzt hier auf der gegenüberliegenden langen Seite. Da gibt es dann auch nochmal eine Distanz. Mit sechs Galoppsprüngen an der Hand hier absolviert. Trippelbare Ochser. So, und dann kommt man jetzt schon auf die Schlusslinie. Auch hier wieder gebogen. Das Ganze also generell viel gebogene Linie, die Adi Apple gebaut hat. Um also auch da einiges schon auch an Richtigkeit abzuverlangen. So, was jetzt abverlangt wird. So, Nullrunde in der Runde. Und jetzt kommt es darauf an. Jetzt hat sie 45 Sekunden Zeit. Jetzt läuft also noch einmal der Countdown runter, wie wir das auch kennen beim Starten. Und in dieser Zeit hat sie dann die Möglichkeit, diesen Sprung Nummero 15, den Risikosprung zu nehmen. Und auch das Ganze sogar ohne Probleme überwunden.